So, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit meinem Sohn Pascal und mir. Es ist die dritte Folge und wir haben in unserer Familie eine Regel und zwar keine Kinder bei YouTube. Deswegen, ich werde ihn euch trotzdem zeigen, ja. Das ist Pascal. Zeig mal kurz. Genau, das ist das Einzige, was ihr von meinem Sohn sehen werdet, Freunde. Hast du jetzt deine Uhr in die Kamera gehalten? Hey, du bist da voll stolz drauf, gell? Okay, und wir sehen uns gleich genau. Pascal geht jetzt in seine Kemenate, macht schön die Tür zu, hoffentlich, damit wir ihn nicht doppelt hören. Und dann geht es jetzt gleich, ah, da ist er auch schon. So, jetzt haben wir Pascal auch gesehen, das finde ich sehr schön. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir legen direkt los mit Minecraft. Ich sehe heute bei den Minecraft-Folgen, ich sehe zum Glück einigermaßen okay aus, aber das ist immer Sonntags-Gammeln-Look. Aber gut zum Glück. Ja, zum Glück einigermaßen ein wenig. Und jetzt würde ich sagen, du hast den Server ja schon gestartet, gell? Ja, ich bin jetzt drauf. Ah, da bin ich, okay, sehr schön. Ah, wir sind ja beide, wir haben beide auf dem, auf dem, äh, auf dem Baum, haben wir ja, ähm, Schluss gemacht, gell? Ja, ähm, warte, ich starte einfach nochmal kurz mein Minecraft neu, oder? Dann sehe ich hier auch alles wieder deutlich, oder? Wieso? Ähm, dann verschwindest du aber, gell, und lässt mich hier alleine. Äh, gib mir, gib mir eine halbe Minute, ich bin wieder da. Alles klar, okay, also eine halbe Minute, ähm, Root-Passwort left the game, das kennen wir noch von letzter Folge, da ist der Pascal ja vom Server geflogen. Ich werde mal hier gemütlich auf dem Baum bleiben, weil ich sehe hier jetzt schon wieder, ähm, oder ich höre jetzt schon wieder komische Geräusche, die mir ein wenig unheimlich sind, ehrlich gesagt. Minecraft ist für mich das Spiel der, äh, unheimlichen Geräusche. Ah, da bist du schon wieder, oder? Ach nee, du bist noch, ah, du bist im Discord. Ich hoffe, bei dir klappt alles. Also die Musik finde ich ist sehr süß, aber die Geräusche in Minecraft, die finde ich sehr unheimlich. Ah, da bist du. Bin wieder da. Läuft jetzt alles bei dir? Äh, kurze Frage, guck mal in den Himmel, ist da hell oder dunkel? Bei mir ist es hell. Okay, dann bewegen sich bei dir die Fische? Ja, bei mir bewegen sich da diese Tentakelviecher. Und da hinten diese, die, äh, Lachse? Bewegen die sich? Welche Lachse? Na, die da drüben, hier, die. Hä? Lachse? Ach da. Ja, ähm, ja, die bewegen sich auch. Ja, jetzt bewegen sie sich. Okay, bei dir auch? Ja, okay. Und bei dir ist auch Tag? Ja, bei mir ist Tag. Okay, alles klar, sehr schön. Dann, äh, sind wir ja, ähm, dann sind wir ja richtig, äh, schön. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich gerade wieder Nacht gemacht, damit es so aussieht, als wenn wir gerade aufgehört hätten. Äh, mir wäre es aber lieber, wenn du wieder Tag machst, weil beim letzten Mal war es ja auch Tag und bei Nacht sieht man so wenig. Hase, mach uns doch mal das Licht an. Ich fand's nämlich gerade eben ganz cool. Ich wollte nur testen, ob der Server irgendein Problem hat, aber das hat er nicht. Okay. Nee, das hat er nicht. So, dann gehen wir wieder auf den Baum und machen dann jetzt die Ankündigung der Folge. Nee, haben wir schon, haben wir doch schon, haben wir doch schon. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja ein bisschen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Okay, also was machen wir dann in dieser Folge? Also ich habe ehrlich gesagt, ähm, lass uns erstmal unsere Höhle angucken. Ähm, wie wir die letztes Mal gemacht haben. Und die würde ich heute, äh, tatsächlich irgendwie ein bisschen fertig bauen. Ja, wir haben die ja ausgebaut, letzte Folge ein bisschen. Ja. Aber ich habe noch eine andere Idee für diese Folge. Ja, dann, dann schieß los. Also hier, hörst du das? Wir haben doch letztes Mal so fiese, so fiese, ähm, Geräusche gehört. Ja, ich höre gerade auch eins. Ja, und, ähm, also ich habe irgendein ganz fieses Geräusch gehört in der letzten Folge. Und ich hätte irgendwie, äh, Lust mal so ein wenig, ähm, die Gegend zu erkunden. Und vielleicht mal zu schauen, was denn hier alles noch zu entdecken ist. Und, ähm, auch wenn ich irgendein richtig fieses, war das ein Zombie? Nein, das war ein Creeper, der gerade explodiert ist. Okay, dann würde ich sagen, machen wir heute mal, der ist explodiert. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal eine etwas längere Folge und machen irgendwie das Haus fertig und gehen ein bisschen erkunden. Also beides irgendwie in einem. Ja, ein bisschen längere Folge ist, ähm, ist ein bisschen so eine Sache, mein Hase. Weil wir wollen ja nachher auch noch essen gehen. Äh, nicht essen gehen, sondern essen. Und wenn wir jetzt eine lange Folge machen, dann steigt uns Mama aufs Dach. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt, ähm, von jetzt ab eine halbe Stunde. Da haben wir genug Zeit und können, äh, coole Sachen entdecken. Okay, dann würde ich sagen, tun wir jetzt Holzfarm gehen und tun in der Zeit auch irgendwie ein bisschen erkunden, oder? Das können wir machen, ja. Also lass mal, lass mal dahin gehen, wo wir das letzte Mal Holzgefarmt haben. Ja, genau, würde ich auch sagen. Und schau mal, wenn du im Wasser bist und Schiff drückst, dann kannst du schwimmen. Wie so ein Seehund, oder? Naja, schau auf mich, schau auf mich, dann siehst du's. Ich bin hier. Ja. Geh da runter und dann drück Schiff. Ah ja, sehr schön. Und wenn du jetzt auf F5 drückst, dann siehst du's. Das ist cool. Das ist eigentlich ganz cool, aber du, ähm, hast da, ähm, Wasserblasen, wie auch immer, oder was auch immer, was man dazu sagen will. Ja, das ist die Luft, gell? Genau, das ist die Ausdauer, wie lange du unter dem Wasser bleiben kannst. Okay, ich glaube, das letzte Mal, als ich diesen fiesen Schrei gehört hab von dem Viech, das war... Das hast du gesagt, es war von da unten. Das war in die Richtung, wo ich jetzt gerade gucke. Ja, genau. Lass uns doch mal schauen, was da hinten los ist, was da zu sehen ist. Ähm, du hackst aber schon Holz, gell? Was brauche ich da für eine Axt? Die Steinaxt brauche ich, oder? Ja, genau. Genau. Okay, ich hab jetzt erstmal 20 Holz. Das, glaub ich, würde erstmal fürs Erste reichen. Ähm, genau. Ich guck mal gleich, warte mal, warte mal. Was ich komisch find, ist, wenn ich diesen Stamm weghacke, dann, ähm, müsste noch eigentlich... Der droppt um den Stamm herum. Ah. Aber eigentlich müsste der... Und du sammelst nicht auf, du tust ja nur stehen bleiben. Schau, das sieht dann so aus. Schau, da, da liegen die Holzstückchen. Und du bleibst aber nur stehen. Und machst nicht. Ja, aber warum stürzt der ganze Baum nicht in sich zusammen, wenn ich dir den Stamm weghacke? Ja, da gibt's eine Verzauberung in der 1.15, dass das funktioniert. Und das sieht eigentlich auch ganz cool aus, aber, ähm... Wie öffne ich eigentlich meinen Rucksack nochmal? Mit E, gell? Mit E. Okay. Das ist ein Inventar. Okay, sehr schön. Warte mal, ich guck mal kurz, wie viel... Warte, warte, warte. Ähm, haben... Wollten wir nicht letztes Mal Truhen machen? Äh, glaube ich. Kann ich nicht, nein? Kann ich mich nicht daran erinnern? Ich, ich mein schon. Ja, doch, wollten wir. Kommen wir nochmal zurück und Truhen machen, damit ich mein vollgemülltes Inventar da reinmachen kann? Du meinst denn unsere Hütte zurück? Ja. Ja, okay, machen wir. Aber wir wollten ja auch gucken, ähm, wo das fiese Geräusch herkam, gell? Ja, genau, das merken wir uns mal. Okay. So, dann sind wir auch gleich wieder daheim. Äh, okay. Ah, du schwimmst, gell? Ja, ich, ich bin geschwommen. Das ist sogar schneller als Laufen, habe ich den Eindruck. Ja. Okay, jetzt mal schauen. Haben wir Truhen gemacht? Nein. Okay. Würde ich sagen... Willst du die Truhen machen? Äh, was? Da lernst du auch was zum Craften. Moment, ich muss mal kurz gucken, mit welcher Taste habe ich mein Brot? Neun, gell? Ja. Okay. Du kannst mit allem auf die Werkbank gucken. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen voll futtern. Okay. Ja, okay. Drum mal rechtsklick mit der rechten Maustaste auf die Werkbank. Ja. Genau. So, jetzt hast du acht Holz in deinem Inventar. Ja? Nur acht? Ja, du brauchst acht für eine Truhe. Okay. Ja, ja, aber du brauchst acht. Wo ist denn die Truhe? Oder warte mal, schau mal. Ich werfe dir gerade acht Planks hin. Genau. Ich habe, glaube ich, aber ganz viele Planks. Aber jetzt habe ich die ganze Planks gegeben. Okay. Du hast ja Slaps, glaube ich. Okay. So. Ne, ich habe Planks. Dann hast du da dieses 3x3-Feld und du tust den in der Mitte freilassen und um die Mitte tust du überall ein Plank hinmachen. Ein Plank. Moment. Ja. Jetzt mache ich gerade 60 Planks überall hin. Egal, egal. Dann mach einfach ein paar mehr Truhen. Ja. Das ist aber alles sehr... Hey, muss ich jetzt jeden Einzelnen da hinmachen oder wie? Das ist aber blöd. Das tust du nicht. Ich gebe dir mal einen Tipp. So. Du tust deine 64 oder so daneben mit der linken Maustaste. Dann hast du die in deinem Mauszeiger. Ich habe es mir schon so zurechtgefummelt. So, jetzt habe ich eine Truhe. Ja. Und dann komm mal mit. Die tust du craften jetzt erst mal. Ja, jetzt habe ich drei Truhen. Genau. Dann kommst du mal mit. Aha. Bin hier? Ja, okay. Dann machen wir hier hinten. Wollten wir doch unser Truhen und auch Schlafzimmer machen. Dann tu mal hier ein paar Truhen irgendwo hinmachen, wo du denkst, dass es schön aussieht. Okay. Ähm, so. Oder warte mal. Schau mal, da gibt es einen Trick. Und zwar machen wir das. Ach nee, geht doch nicht. Okay. So, findest du schön. Und dann, ähm, machen wir hier mal unser ganzes Zeug rein. Ähm, wie mache ich die denn auf? Rechts klick. Okay. Ah, und dann kann ich die, ah, Chess ist das da oben. Dann kann ich da das ganze Zeug reinmachen, gell? Ja. Warte mal, wir haben hier noch ein Bett. Ich habe hier noch ein Bett. Ähm. Ja, das kannst du schon mal platzieren, wenn du es möchtest. Ja, das würde ich gerne. Ich würde gerne mein Bett, ähm, hier hinstellen, wenn ich darf. Du darfst es da hinstellen, wo du es möchtest. Das ist hier überlassen. Weil das ist ja schließlich dein Bett. Ja, du kannst dein Bett dann daneben bauen, würde ich sagen. So. Ähm, was soll ich denn da alles reinmachen? Das ganze Holz wahrscheinlich, oder? Das ist das, was du nicht brauchst. Muss ich das immer rüberziehen, oder kann ich das mit rechter Maustaste? Nee, du kannst, ähm, Shift und linke Maustaste. Ah, okay. Dann geht es schneller. Okay, okay, okay. Ich habe hier noch ganz viele Holzplanken. Ähm, ähm, ähm. Schau mal. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Nimm mal eine, so eine, ähm, so eine, äh, gelbe Blume raus. Ja. Ja, eine. Habe ich, habe ich, ja. So. Ähm, dann gebe ich dir kurz nochmal dein Bett. Und, so, jetzt, tu, ähm, zu, tu, ähm, diese Blumen zu Yellow Dye machen. Zu Yellow Dye? Moment. Ja. Aber nur einmal zu Yellow Dye. Ja, jetzt habe ich... Ja. Jetzt hast du zwei Yellow Dye, oder? Ja. So, dann machst du diese, ähm, ein Yellow Dye. Oder mach diese Blumen erstmal wieder hier in die Truhe, okay? Okay. Ist alles sehr kompliziert. So. Ähm, die Blumen wieder rein, gell? Ja, die Blumen. Okay, jetzt habe ich... Und ein Yellow Dye. Jetzt drück mal auf... Äh, ja, und ein Yellow Dye. So. Drück mal auf dein Inventar. Also E. Ja. Tu das Bett mit dem Yellow Dye in ein oberes Feld von diesen 2x2. Okay. Beides. Ah, jetzt habe ich ein... Und dann kommt dein gelbes Bett und das kannst du dann hier aufstellen. Sehr schön. Weil gelb ist ja schließlich deine Lieblingsfarbe. Ja, das ist so. Warte mal, dann würde ich... So, und jetzt kannst du das hier hinstellen. So. Perfekt. Jetzt hast du ein gelbes Bett. Sehr schön. Cool. Aber es steht ein bisschen in der Ecke. Ähm, wir können... Ist egal. Warte mal, ähm, ich habe noch ganz viel Holz. Ich würde gerne das Holz... Mach das Holz, am besten alles hier rein. Okay, alles klar. Warte mal. Habe ich alles... Ah ja, das mache ich auch noch rein. Okay. Aber soll ich diese Oak Planks... Die nehme ich mal wieder raus, oder? Kannst du machen, wie du möchtest. Weil wir die ja gebrauchen können. Und diese Dark Oak Slabs können wir auch nehmen. Und zwar, da können wir doch gerade einfach die Decke hier machen, oder? Schau mal, da gebe ich dir kurz das. Aber nicht, dass es zu dunkel wird hier. Nee, nee, wir haben ja die Fackeln. Ja, ja, aber sonst, wenn wir da jetzt überall Holzrand tackern, dann... Dann wird die Decke so niedrig, weißt du? So. Ähm, ja, aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Ja, findest du es nicht ein bisschen drückend hier? Nö, wenn, dann können wir ja noch ein bisschen weiter nach oben bauen und dann... Ja. Tu mal da zwei hinbauen. Da. Oh, da? Ja. Moment. Ähm. Nochmal? Perfekt. So. Ähm. Und dann tu mal hier überall, wo hier ist, einen hinbauen. Hier unten. Jawohl. Und hier fehlt noch einer. Wo? Hier. Da? Nein, schau zu mir. Ach, hier. Okay. Genau. Okay. So, jetzt ist dieser Raum erstmal... Ja, fertig fürs Erste jetzt. Würde ich auch sagen, ja. Wenn wir uns hier mal verziehen müssen, sitzen wir voll in der Falle. Hier, hast du das Geräusch gehört? Nein. Doch, ich hab gerade so ein Geräusch gehört. Das ist genau das, was ich meine. Okay, es ist Nacht. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir mal... Achtung! Oh! Ähm, das war ein Creeper. Ähm. Hehehe. Okay. Jetzt bist du im Bett gespawned, gell? Bei deinem Bett. Ähm, ich mach jetzt hier Respawn. Ach, wie gut, dass ich ein Bett hab. Aber jetzt hat sie quasi... Oh. Bist du jetzt auch drauf gegangen? Nein, aber der Creeper ist auch explodiert und hat ein paar Sachen von dir in die Luft gegeben. Gejagt. Also, ich würde sagen, alles, oder? Nee, aber... Also, ich hab... Gar nichts mehr. Sag mir mal kurz dein Zeug auf und gib's dir. Doch, doch. Äh, äh, aber mein Schwert? Ich hab gar kein Schwert mehr. Das hab du Schwert. Aber alles andere wurde weggemacht. Ich kann dir das geben, was er hinterlassen hat von dir. Okay, dann komm mal rein. Also, er hat nichts mehr fast von dir hinterlassen. Das ist aber wenig. So, 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 so. Das hat er hinterlassen und alles andere wurde weggesprengt. Aber das sind auch eigentlich... Warte, kannst du mir die Erde geben? Kannst du mir die Erde nochmal geben? Ja. Weißt du, nimm hier meine Sachen. Wart, wart, wart. Ähm, wie lass ich die jetzt fallen, die Erde? Kuh, gell? Ähm, ja, Kuh. Drück... Ähm, STRG oder... Ja, ich hab alles schon. Sehr schön. So, also ich brauch mein Schwert. So, dann müsstest du das hier wieder machen. Und meine Hacke. Das hast du ja bekommen. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ach, deine Hacke hast du nicht. Ich hab, äh, eine Axt. Ich hab keine... Doch, die Hacke hab ich auch. Echt? Ja, hab ich auch. Aber die lag in der Truhe, oder? Ähm, das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ah, nee, die hab ich dir grad gegeben. Die hast du mir grad gegeben, würde ich sagen, ja. Genau, jetzt... Und das war dein erster Tod in Minecraft. Warte mal, ich hab... Würde ich... Ja, das ist ein schöner Moment gewesen. Ähm, warte mal, ich hab noch eine Schaufel. Die hab ich aber über. Die würde ich dir wiedergeben. Äh, du hast zwei Schaufeln. Ja, stimmt. Ja, hier nimm die. Woher siehst du eigentlich, was ich hab? Das ist... Äh, keine... Ich seh's nicht, aber ich denk einfach mit. Oh, okay. Mein Schwert... So ein grünen... So ein grünen, äh, Strich da drunter. Das heißt, dass du, ähm, etwas geschlagen hast. Oder, ähm, ja. Du hast etwas geschlagen. Aber die anderen, die anderen haben nichts Grünes drunter. Ja, die hab ich dir grad gegeben. Das waren ja meine Sachen, aber die hab ich dir grad gegeben. Aber die sind auf jeden Fall heil, okay? Die sind heil. Okay, gut. Genau. Deshalb ist diese Nacht auch ganz schön gefährlich. Jetzt hab ich das hier halt mal gepflegt. Aber... Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder an die Stelle, wo wir vorhin waren. Genau. Wie wär's, wenn du wieder Tag machst? Ähm... Nee, das wär ja Cheating. Ach, ehrlich? Ich hab's nur für das Anfangs-Ding gemacht. Okay. Damit man... Oh, hier ist aber, ähm... Hast du das auch gehört? Ja, ich verziehe mich mal kurz. Jetzt mal echt. Ich bin echt... Ich kenn mich echt gut aus. Äh? Aber dieses Geräusch hab ich noch nie... Oh! Oh! Komm, was ist... Oh mein Gott! Hab ich noch nie gehört. Äh... Oh, das ist aber unheimlich. Das ist ein Schatzpicher. Das ist ne Fledermaus, würde ich sagen, oder? Nein, das ist keine Fledermaus. Renn! Ähm, wohin? Mach nicht die Schäuze. Okay, wir... Komm, folg mir. Folg mir. Ja, wir verziehen uns. Das ist aber unheimlich jetzt, würde ich behaupten. Ja, schon. Aber ich glaub, hier müssen wir halt einfach... Aber das Spiel ist... Ach, und die verfolgen uns. Ja. Ähm... Okay, äh... Hier einfach durch. Und hier ist ein Creeper. Achtung! Ähm, ja. Den hab ich dann... Oh, äh... Okay. Ähm, ja. Hier sind mehrere. Okay, ein Skelett ist kaputt. Also, Licht anmachen hätte ich jetzt... Aber das ist ja Cheaten, hast du ja gemeint. Das macht mehr nicht, gell? Oh, oh, ich bin fast tot. Da schießt jemand auf mich. Ich hab... Ich bin tot. Ich bin tot. Ich, äh... Ich, äh... Verziehe mich mal kurz. Ähm, nein. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin ganz schnell. Ja, ja. Äh... Aber ich nicht. Ah, die Nacht ist echt gefährlich. Die Nacht ist gefährlich, ja. Die Nacht ist, äh... Die letzten drei oder vier Nächte haben wir überstanden. Und die... Die Nacht ist kein Tag, würde ich behaupten. Äh, ja. Ich habe nichts zum Essen übrigens dabei. Ich kann mich nicht heilen. Stell ich grad fest. Ja, ähm... Der Creeper hat's in die Luft gejagt. Stimmt. Ja, ähm... Okay, warte. Jetzt muss ich aber erst meine Sachen aufsammeln, bevor ich hier was anderes mach. Oh, oh. Ich bin irgendwo hingegangen, wo ich das Gefühl habe, dass ich... Nein, der Creeper hat auch meine Sachen in die Luft gejagt. Das ist aber schade. Ah, das ist jetzt doof. Wie wär's, wenn wir einfach... Da sind wir beide fast keine Sachen mehr. Wie wär's, wenn wir einfach mal Tag machen, auch wenn das jetzt Cheaten ist? Damit wir nicht sofort wieder ins Gras beißen. Oh, du bist draufgegangen, gell? Äh... Ah, sehr schön. Kann man... Kann man so sagen. Also, ich muss mal sagen, ich hab... Oh, die ganzen Zombies verbrennen jetzt da hinten. Ist das geil. Ha, ha, ha. Geil. Ich kann das von hier aus sehen. Also, das war jetzt, äh... Eine sehr gefährliche Nacht, würde ich sagen. Bist du noch da? Ja. Bist du in unserer Bude? Was steht bei dir alles im Chat? Äh, da steht, äh, nichts. Okay. Wenn du auf T drückst, steht da auch was? Oder nicht? Da steht, äh, dass du zweimal von einem Skelett niedergemäht wurdest. Und mehr steht da nicht. Nein. Okay. Ja, RIP, Digga, was soll ich hier machen? Das Skelett tut mir immer noch auf den Fersen stehen. Wo bist denn du? Es ist doch Tag. Ich weiß, aber die können sich unter den Blättern verstecken. Moment, äh, wo bist du denn genau? Ich komm mal zu dir. So. Okay, jetzt schnell nach Hause. Nach Hause? Ja, auf den Weg nach Hause. Ich weiß grad gar nicht, wo du bist. Ja, ähm. Dann hab ich ja auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ah, ich seh dich. Bleib stehen. Nein, 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 du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Äh. Ja, auch ich bin zwar ein Minecraft-Anfänger, aber ich... Okay, bleib mal stehen. Bin trotzdem ja ein erfahrener Gamer. So. Hier bin ich. Ey, du hast lauter Pfeile im Arsch stecken. Echt? Ja. Nee, einer an meinem Bein und einer an meinem Arm. Genau. Ja, stirbt ihr Scheißviecher. Okay, dann gehen wir doch jetzt erkunden, oder? Ja, würde ich sagen. Halt doch die Platte. Und mich nicht zum Verbrennen bringen. Okay. Dann. Ich hätte gerne was zum Essen. Zum Essen. Da kann ich dir ein bisschen geben. Ah, verrottet ist falsch. Nein, nein, nein. Oh. Das darfst du nie wieder essen. Ach, echt? Ja, weil jetzt werden deine Hungerkeulen immer weniger. Echt? Ja. Oh Mann, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja, weil du schon am Essen warst. Da kannst du dir nicht sagen. Scheiße. Ich muss erst mal ein paar Blumen kaputt machen. Das ist aber eine wirklich... Guck mal auf E und dann siehst du, wie lange der Effekt geht. Ähm. Was steht da? Da steht auf E. Ach so, er ist fertig. Er ist fertig. Okay. Jetzt kannst du wieder normal essen. Gott sei Dank. Jetzt müssen die wieder Rotten Fleisch essen. Okay. Das ist gut, dass du mir das vorher gesagt hast. Naja, vorher habe ich es nicht wirklich gesagt. Nee, du hast es ja auch nicht gewusst, dass... Okay. Ja, also, äh... Ähm, okay. Jo. Ähm. Wo bist du denn? Wo bist du gerade? Ähm, ich bin hier. Genau. Spring mal ins Wasser. Ins Wasser? Von da oben? Ja. Ja, da passiert nichts. Du bekommst keinen Schaden. Okay. Das sah richtig cool aus. Ja, sah das cool aus? Ja. Das ist aber eine große Welt, gell? Da hinten ist das Meer, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das sind irgendwie, keine Ahnung, unendlich ist die Welt. Ja, meinst du? Ähm, ja. Ähm, aber jetzt, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir nur auf einer Insel die ganze Zeit waren. Glaube ich auch, ja. Da hinten baut sich jetzt gerade was auf. Ja. Also, ich würde sagen, die Erkundungstor hat sich damit wohl erledigt. Wieso? Wir können doch noch da hinten hinlatschen. Da, wo die, wo die Pilze sind. Aber, ja, das können wir machen, aber das ist ja unsere Insel. Ja, aber wir haben noch nicht alles gesehen von der Insel. Da hinten ist noch ein Hühnchen. Ja, aber ich glaube nicht, dass dieses Hühnchen... Ähm, lange leben wird. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Hühnchen diese Geräusche hier macht. Doch. Nein, 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 ich habe gerade ein Zombie gehört. Stirb, du Mistviech. Hä, wie viel Schwerthebe überlebt denn das Teil? Eigentlich hat es nur viel Leben. Hier ist eine Höhle. Pass auf. Wo? Ich baue hier ein bisschen auf, damit man hier besser sehen kann. Wo bist du? Da unten ist Eisen. Hast du eine Spitzhacke? Ja, habe ich. Zeig mal, darf ich sie sehen? Natürlich, glaubst du mir nicht? Perfekt. Da unten ist Eisen. Würdest du das mal abbauen? Ich komme mit. So, komm mal mit. Achtung, Entschuldigung. So, ich beschütze dich hier. Baue das mal ab. Das ist hier das Beige. Du hast mich gehauen. Ich weiß. Wo, welches Beige? Schau, schau mich an. Da, hier, das macht es schnell. Ich, hier sind, ähm, also, also, ähm. Ich weiß nicht, ob ich hier Eisen abbaue gerade. Zeig mal, warte. Wie wäre es denn mit einer kleinen Fackel? Nee, habe ich keine. Ähm, okay. Okay, dann kannst du mir die Spitzhacke kurz droppen auf Kuh? Äh, ja. Aber es ist meine, gell? Ja, ich gebe die dir gleich wieder zurück. Und zwar... Wie kommen wir denn jetzt da oben wieder hin? Da, das wird ganz leicht sein. Ach, das wird schon. Okay. Das ist ja schön. So, dann... Ich glaube, ehrlich gesagt, wir hocken hier in einem fiesen Erdloch drin. Hä? Und kommen hier überhaupt nicht mehr raus. So, schau, jetzt siehst du das Beige. Beige. Ah, ja, okay. Jetzt sieht man es perfekt, oder? Ja. Okay, dann ist es eine richtig fette Höhle. Die können wir eigentlich auch erkunden. Hier sind auch nochmal fette vier Eisen oder so. Ja, ich sehe nur nichts. Es ist alles sehr dunkel. Okay. Wie wärst du mit einer kleinen... Die Skelette machen eins gegen eins. Das ist richtig spannend. Din. 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 Mir ist es hier ein bisschen zu dunkel, Pupsi. Ja, tschüss. Ich möchte diesen Karpf von diesen Skeletten zusehen. Ja, aber ich weiß weder, wo du bist. Okay, das eine Skelett ist kaputt und das andere jetzt auch. Okay. Schau mal. Kannst du mir nochmal die Fackeln geben? Du hast immer noch einen Pfeil im Arsch stecken, gell? Äh... Was, die Fackeln? Nein, im Arm. Ich hab keine Fackeln. Ich hab dir Fackeln gegeben. Du hast mir Fackeln gegeben? Warte mal kurz. Ja, wenn du mir die kurz zurückgeben könntest, dann könnte ich dir hier ein bisschen Licht erstatten. Aha. Du bist aber sehr vorlaut. Ähm, du wirst meine Fackeln haben. Nein, nein, das war nicht böse gemeint, Hase. Ja. So, dann geb ich dir mal die Fackeln. Wo ist denn die Fackel? Warte, fünf. Ähm, die hast du in deinem... Ja, und jetzt kannst du die droppen. Hab ich? Genau, so. Jetzt zeig ich dir mal, ich mach überall eine... Du hast dich grad aufgehoben, egal. Ich mach dir überall eine Fackel hin, wo Eisen ist. Dann kann ich die hier grad einfach abbauen. Ich hab sie dir wieder dahin gelegt. Genau. Du kommst, kommst du mal mit? So. So. Und so. Ich hab dir überall eine Fackel hingesetzt, wo Eisen ist. Hier umdrehen, hier. Da drüben ist auch Eisen. Na, warte. Umdrehen. Mitkommen. Ah. Hier ist Eisen, hier ist Eisen auch. Ähm, hätte ich jetzt eine Spitzhacke, dann... Warte mal. Hast du Holz... Ja, du hast aber keine Spitzhacke. Ich bin der Typ mit der Spitzhacke. Da ist nochmal Eisen. Und hier hast du auch Eisen übersehen. Wo denn? Ja, hier. Ach Quatsch, ich arbeite... Ich arbeite sehr sauber. Wo denn? Äh... Da unten? Ja. Da sind ganz viel. Hier, bau das ab. Bau dir den Stein hier ab. Aha. So, hier, ganz viel noch. Da, ich bring da mal runter. So, da sind nochmal ein paar. Ähm... Alles gut, du kommst da wieder raus. Ähm... Nein, 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 nein. Da, bau diesen Block da ab. Welchen, den? Da, den, na... Ja, nein, äh... Da, wo ich grad draufschlag. Da, auf den... Nein, auf den da. Schau, schau, wo ich hinschlag. Nein. Hinter dir. Äh, was? Den, da sollst du abbauen. Den Stein. Nein, den da. Den? Nein. Mann. Den hier. Ich seh überhaupt nichts. Wie wär's mal mit ner kleinen Fackel? Hier, hier, hier. Hier, den da sollst du abbauen. Welchen? Den, da, wo ich draufschlag. Oh, hier, äh... Hier brummt's jetzt. Da, wo ich draufsch... Hier, da. Ah, oh. Ja, ähm... Okay. Ja, ich komm mal zu mir hoch. So, und jetzt hier die Eisen abbauen. Dann kommst du wieder hoch. Ja. Und da ist auch nochmal Eisen. Hier. Da an der Seite. Eisen ist eigentlich ganz wertvoll. Da ist ganz viel Eisen. Ja, aber ich kann überhaupt nichts sehen. Ich wär ganz froh, wenn wir hier ne Fackel hätten. Okay, warte mal. Da hab ich eine. Hier, perfekt. Und so. Weil, weißt du, das ist für die Folge auch doof, weil man gar nichts sehen kann. Ähm, so. Da unten ist ganz viel Eisen. Und dahinter ist auch nochmal Eisen. Da ist nochmal Eisen. Ja, da ist ganz viel. Aber ich komm da gar nicht rein. Ich komm da ab, diesen Block. Ja, nochmal. Und jetzt hast du das Eisen. So, kommst du mal mit. Hier hast du auch noch Eisen übersehen. Wo denn? Hier. Ähm, hast du Holz in deinem Inventar? Ich, ich habe Holz für der Hütte, aber ich weiß nicht, ob ich's im... Ja, gib mir vier Holz. Moment. Ähm. Oder kannst du mir ne Werkbank bauen und einfach irgendwo hinstellen? Also du fragst mich Sachen. Wo ist denn, wo ist denn das, ähm, bei dem Apfel oder was? Ah ja, hier. Ähm, ja, äh, ne Werkbank einfach bauen. Und jedes Ding ein Ding. Und jedes Ding ein Platt. Okay, warte mal. Und dann platzierst du bitte die Werkbank. Dann kann ich dir auch bei dem meinen helfen. Da ist sie. Ja, oder so. So, dann helfe ich dir grad mal. Und mit ner Spitzhacke. Oh, ich glaube, ich muss mal was essen. Das kannst du machen. Das sollte ich vielleicht, gell? So, dann... So, hier ist immer noch Licht, oder? Ja. So. Aber jetzt hängen wir schon wieder in der Höhle rum, weißt du? So, jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder an die Oberfläche. Oder? So, hier folgt den Fackeln. Ich kann die aufsammeln, gell? Ja. Wie sammle ich die auf? Schlagen und dann findest du. Das ist schon. Okay. Ähm, jetzt seh ich wieder nix. So, okay. Jetzt... Alles gut? Komm mit. Hier. Das fiel mir einfach vor der Fresse. Macht Schaden. So. Komm mal mit hier. Ich hab's gehauen. Ja. Alles kaputt gemacht. Okay. Ähm, jetzt seh ich wieder nix. So, dann baue ich uns mal an die Oberfläche. Ja, weil du die Fackel abgebahnen hast. Moment. Ich mach sie wieder hin. So, dann fängst ich hier um. Okay. Wo geht's denn hier raus? Ich hab, ich hab, ich hab einen Weg nach oben gebaut. Ich bin da. Hilfe! Hab ich dich jetzt gehauen? Nein. Oh nein, jetzt hab ich dich gehauen. Nein. Ähm, doch. Rootpasswort was slain by Juleneta 71. Was? Ich hab, ich hab dich gehauen. Es tut mir leid. Alles gut. Warte, Tag ist im Moment echt gefährlich. Aber weißt du, nee, Nacht ist gefährlich. Ich sammle mal deine ganzen Sachen auf. Genau, dann kannst du die mir gleich geben. Oder auch nicht. Oder auch doch. Wart mal. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib da, wo du bist, okay? Ich bin sehr stolz. Ich hab dich übrigens zusammengehauen gerade. Ja, ich wär auch stolz, wenn ich dich zusammenhauen kann. Aber du bist hier der Minecraft-Profi von uns und nicht ich. Ja, aber ich hatte halt auch ein halbes Herz. Ja, das ist aber nicht mein Problem gewesen. Weißt du doch, wo du hin musst? Ja, aber, ja, ich, ich, ja. Ich wollte jetzt die Füße an Pupsi. Wart mal. Alles gut. Hier ist das Skelett. Wo? Ich muss einfach an dem vorbei. Alles gut, da, wo ich grad bin. Oh, Junge. Ich seh aber nie, wo du bist. Ja, ich weiß. Ich bin auf dem Weg zu dir. Alles gut. Ich bleib da an dem Strand. Ja, bleib da. Ja. Ah, zwei Herzen. Anderthalb. Oh, 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 oh. Ah, da bist du. Ich komme zu dir. Kannst du mir Brot geben? Ja, kann ich. Ich brauch Brot, weil sonst... Kann ich. Ja, dich verrecken. Jetzt hab ich aber... Ich hab nur noch eins. Ich glaube, das esse ich mal. Nein, nein. Ja. So. Okay. Wie lange geht es schon? Bleib mal stehen. Wir nehmen jetzt schon 36 Minuten auf. Ich glaube, wir wollten ungefähr so lange wie jetzt machen. Ja, okay. Dann machen wir noch bis Minute 40. Kannst du mir noch mein Schwert, meine Spitzhacke, meine Axt und meine Schaufel geben? Ja, kann ich. Moment. Bin an im Wasser. Also kannst du einfach... Und wenn du im Inventar bist, kannst du, glaube ich, auch auf Q drücken. Ja, und dann droppst du es auch. Moment. Ähm. Hä? Aber wie? Ähm. Du gehst auf E. Ja. So, dann tust du mit dem Maustecker auf die Sache gehen. Und dann? Und dann Q. Wo du mir geben willst. Und dann auf Q. Ah, ja, okay. Das ist ja praktisch. Okay. Ähm. Aber mehr? Ähm. Eine Schaufel. Äh, eine Spitzhacke. Ah, das liegt dahinter. Alles gut. Alles gut? Ähm, hier liegt es noch. Ja, hier liegt alles noch. Perfekt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause. Und dann... Dann locken wir da lieber aus, würde ich sagen, gell? Ja. Okay. Ähm. Kommst du? Ja, ich lauf dir hinterher. Äh, tut mir leid. Hätte ich dich eben besser beschützen sollen? Wahrscheinlich gar nicht. Ja. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Ich war innerhalb einer 30 Sekunden wieder da. Also, kein Problem. Oh, äh. So, jetzt geben wir dem Skelett mal echtes Karma. Stürb, du blödes Ding. So. Sehr schön. Das hat mich nämlich auch vorhin attackiert. Und ich konnte es eben nicht angreifen. So, ähm. Die Schafe können eigentlich gar nichts dafür, gell? Nein, lass es schaff. Lass es schaff. Dann kann sie noch Nachwuchs bringen. Okay. Okay, äh. Okay. Komm mal mit. Mhm. Aber diese Schafe, die stehen hier rum und tun uns anmuhnen und anspucken. Das geht gar nicht. Also, äh. Ja. Äh. Äh. Okay. Komm einfach. Ja. Also, ich bin dann hier. Ja. Und komm mal. Hier. Perfekt. So. Ähm. Kannst du hier drauf springen? Schaffst du das? Hier? Ja, bin ich. Du bist schon ein richtiger Parcours-Meister. Ja, siehste. So, schau mal. Dann kommst du mir mal hinterher. Und ins Wasser. Uff. Oh mein Gott. Achtung. Pass auf. Ich mach dir hier ein bisschen frei, damit du besser ins Wasser springen kannst. Ach, ich spring einfach dahin, wo Wasser ist. Ja. Da passiert schon nichts. So. Äh. Ich bin, äh. Ja. Ah ja, du bist perfekt an der Höhle. Ja. Okay. Alles gut. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein wieder. Und, ähm, verabschieden uns dann. Das war eine sehr... Draußen ist es schöner, oder? Draußen, ja. Draußen ist... Ja, wir sind halt ein bisschen Hosenschesser gerade, weißt du? Weil wir so oft auf die Mütze bekommen haben. Äh. Ja. So. So, gehen wir wieder auf den Baum, wo wir letztes Mal... Ende gemacht haben? Kommst du hoch? Okay. Dann, ähm... Mach F1 und F5. F5, oder? F5 und F1. Wieso F1? Mach einfach F1. Ah ja, genau. Okay, alles klar. Okay, das ist sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen... Ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, genau. Genau, und, äh, vielen, vielen Dank, das war jetzt sehr chaotisch. Tut mir leid, dass ich dich nicht besser beschützt habe. Alles gut. Aber, ähm, wir machen ja wahrscheinlich eh was anderes jetzt in der kommenden Folge. Und zwar... Ja. Wollten wir ja mal so ein bisschen mit Shadon und so anfangen, gell? Das heißt... Ja, genau, da machen wir dann halt auch ein zweites Projekt. Genau. Aber dieses wird auch nicht nur drei gehen, sondern das werden wir auch weitermachen. Ja, das werden wir auch weitermachen, aber wir werden ja uns ein bisschen Minecraft im Insgesamten angucken. Und deswegen... Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen, hier haben wir echt, äh, richtig schon alles rausgeholt. Ich glaube, eine geilere Höhle kann man auch gar nicht bauen, als wir jetzt gemacht haben, oder? Nee, kann man natürlich schon, kann man natürlich schon. Das ist nicht möglich, nein. Nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nein, das ist schon möglich. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und, 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 ein Moment noch. Gib mir kurz ein paar Sekunden. Ich muss nämlich noch ein paar Leute grüßen. Okay, das darfst du natürlich tun, das ist klar. Und zwar, einen weiß ich noch, und zwar, ich grüße hier den Horstie Gaming. Okay. Für seinen netten Kommentar auf dem letzten Video. Ja. Dann grüße ich noch, warte, einen Moment. Aber Hase, das kann man auch in den Kommentaren machen, gell? Nee, aber ich möchte trotzdem im Video hier grüßen. Das ist netter. Dann tue ich den Totch, 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 ähm, grüßen. Den Thomas HB, den Maximilian Krossert, den Manuel Lusti, den Player des, den Soll, Entschuldigung, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Matthias Henning, dann ÖCM, Punkt. Und, dann grüße ich noch, ähm, grüße ich hier noch den Fresh Gamer, ähm, Milena Leyla, Paul Schröder, Andy Leif. Ja, und alle Leute, die das hier sehen, ich grüße euch alle aus diesem Video jetzt. Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank, Hase. Dann würde ich sagen... Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Ich hab dich übrigens kurz... Oh, jetzt regnet es hier. Ja. Warst du das? Nein, war ich nicht. Das ist aber cool. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das sieht aus wie blaue Kügelchen. Ja. Hagel gibt's nicht. Alles klar. Aber Schnee gibt's. Okay. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.